Der Weihnachtsmarkt in Nordheim hat wieder seine Pforten geöffnet. Nach der Premiere im vorigen Jahr bietet das Stadtmarketing als Veranstalter erneut fünf Wochen lang eine märchenhafte Weihnacht auf dem Münsterplatz an. Vor der Kulisse des ehemaligen Klosters St. Blasien können die Besucher ein gemütliches Weihnachtsambiente genießen und durch die Gassen der fast 20 Buden bummeln. Mit Wunderpartie ist auch wieder der Weihnachtszirkus Lieberum mit einem großen Zirkuszelt, der in diesem Jahr erstmals auch Kasperle Theateraufführungen anbieten wird. Eine gemütliche Atmosphäre schafft in der Mitte des Marktes wieder ein kleines Winterwäldchen mit überdachten Sitzgelegenheiten und einer riesen Weihnachtspyramide nach erzgebirgischem Muster. Der Markt in Nordheim wird bis einschließlich 29. Dezember geöffnet sein. An vielen Wochentagen und insbesondere auch am Wochenende wird es Aufführungen auf der Weihnachtsmarktbühne geben. An vielen Wochentagen und insbesondere auch am Wochenende wird es Aufführungen auf der Weihnachtsmarktbühne geben. An vielen Wochentagen und insbesondere auch am Wochenende wird es Aufführungserved, die Mond ist die Ehre cows angeht.